Habe ich wieder diese Totenkopfe über den Gegnern da? Was ist los? Was? BW Angel Destiny ist eigentlich ein Pseudo-MMO Wir spielen im Koop kann man so sagen Ähnlich wie Division Man kann es ein Shooter-MMO nennen aber ist halt nicht so groß wie WoW oder so dass man da jetzt mit 20 Leuten gemeint oder so Also die Raids sind sich mit 6 Leuten Ja Der Weg ist gefährlich Dieser Weg wird kein leichter sein Oh, eine Quest Machen wir es hier Ist das hier mit dem Panzer? Ja, könnte sein Oh, ich habe gleich ein Level ab Na bitte? Ist gleich Komm, rennt er mit uns rum mit Level zu ohne Ende Als du diesem Hüter hier gesagt hast dass du und ich zitiere Kate brauchst Hast du da vielleicht unter Umständen? Dann bin ich da wieder an mir vorbei Ja, ich musste ja den Vorsprung einholen Holiday Was ist dein Status? Fürs Protokoll Cap startet es nicht Ich brauche noch ein bisschen Pick up noch kein XP Also die Das höchste Teil was ich anhabe ist 250 Was macht ihr denn alles kaputt, Mann? Boah, nur eine Granate Boah, nur eine Granate Oh Mehr da Den könnte er kaputt machen Brenn Toll, jetzt ist er erstickt weil er keine Maske mehr aufhatte Brenn auf dem Scheiterhofen Dieses hübsche Ding habt ihr ja schon während eures Nahtod Ja, Panzer 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 Hat der mich grad kaputt gemacht? Wieso bekomme ich nie einen Panzer? Du würdest ihn nur kaputt machen Ernsthaft? Das Scheißding wir gerade haben Warte ich dir rein rein Hätt ich gestorben? Nicht schlecht Ich stand hier aber Putsch Das sah sehr geil aus Ich kann's gut ausmachen Ich kann's gut ausmachen Ich komm auch gleich ein Soll ich das alles ein? Ja, ne? Ja Nein Notfalls mit Leertagslag aussteigen Komm, aber das habe ich auch noch nicht geschafft dass ich vom Panzer einschlagen wurde Panzer fahren! Hehehehe Los! Loot! Wir brauchen einfach nur in der laufen, oder? Hei schon Ja! Stand da einer! Stand da einer? Da ist so ein Abfall im Abfang-Dingen Ja! Ey da liegt was blaues, Mann! Ne, da muss er aussteigen, das ist ärgerlich Ach, da liegt der Block in der Hand Ach, da liegt der Block in der Hand Geh du Penner! Ne, ich kann drüber fahren, okay Alles klar, bleib Ich glaub, Munifel! Panzer macht was! Hey da ist ein Fahrzeug frei! Hüter, ruf nicht, wenn du noch einen von diesen wunderschönen Panzern haben willst! Anachschub mangelt es nicht Ja! Wir bekommen also nichts und die bekommen so viele Wunderschönen Noch, hier, da könnt ihr noch einen Panzer rufen Panzer! Ich will ein Panzer fahren! Ich will ein Panzer fahren! Ich will ein Panzer! Treffer! Träger fahren! Weil ich war blaues! Katsching! Obwohl ich war blaues! Ich will auch blaues! Oh, Munizier! Hey! Alles kaputt, Machen! Hier gibt noch mehr Panzer! Oh! Hallo was los zu viel schal gerade gekommen wo sieht man den schaden unten in der mitte ich sehe anschauen ok jetzt habe ich jetzt wird auch schnell der taste ja wieder ein bisschen schneller dort zu gucken kannst du das prinzip heute noch ein w suddenly für das nummer ach so da geht zum strand open the door please wieder panzer hinter war doch gerade er hat meinen panzer kaputt gemacht was ist denn da los was ist denn da los so viel gesicht hey hey beruhig dich da alle hier oben liegt der panzer zeichen angezeigt muss in der gegnerischen panzer ist kaputt ja was muss man nicht hier oben auch noch mal machen sie haben die brücke eingezogen ich mache schon kann ich weiß mit dem hier sind nicht zu viel schon weiter gelaufen noch gerade die barrikaden kaputt das stimmt sogar bewählen jetzt einfach hier vorne runter ich bin so schnell ich kriege keiner so wie ne meute hier manne vom acker hier danke ich verplauß gib das her danke ich verplauß bei euch schön 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 kannst du umdrehen glaube ich ne doch du kannst aber gut umdrehen ja hast du gesehen mit einer Hand mit der rechten Hand ähm ja Panzer Aua 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 Schmerz mein Panzer ist kaputt hol den neuen hey hey in die Schubsen Arataki Panzerfahrer ich hab'n neuen Panzer ich hab'n neuen Panzer ich hab'n neuen Panzer ich hab'n neuen Panzer warte mach'n den kaputt mach'n den kaputt äh gooo wir sind fast aus den Tunneln raus und sollten bald den Träger erreichen gut alles was zwischen dir und der Allmacht steht ist Tumos der Ungebrochene er gehört der Blutwache an einer von Goals auserweckten die Rotlegion würde für ihn sterben wieso hilfst du ihnen nicht dabei die Schirme den Träger ab ja die Panzer jetzt haben wir siehst du die Generator wir müssen sie zerstören wenn die Antwort des Trägers kommen wollen wuuu achja der Scheiß mit den Generatoren ja attacke ey boh ich häng am Stein hehehe ja die haben die Bude wo war das ach da bring uns da rüber ja boh Panzer bist du ein Loser ey ja attacke ein Generator weniger so haha erster jetzt stellt er sich hier quer kann man hier oben blatt da blatt da blatt da blatt da ich gehör das ist die aktive der schiff gleich ohne uns ab jetzt mussten in den ausbruch sollten das problem lösen genau und hat diese gelber panzer wo denn die habe ich zerstört der träger bleibt am boden lass uns thomas finden dann suchen wir jetzt thomas oder hey ich hab dich auch vermisst aber müssen wir jetzt seite nicht schon nach vorne ja ja und ihre fahrzeuge ihren fahrzeuge hallo ja irgendwo wo geht es denn jetzt zum strand hier hallo auch da oben und da müssen wir hin da läuft rote schlacht hast du gerade wurfmesser nach mir geworfen die rote zu hallo hat ein wurfmesser nach mir geworfen hier oben für ein gesicht mach ich auch im acker hier hey ihr wollt ihr mich denn hingeschleutert willst du mich verhascht warum bist du denn tot der hat mich gerade über die halbe karte geschmissen was hat das hallo 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 das bedarf eigentlich eines clippes hallo hallo das frage ich sofort jetzt hallo 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 schon mal besser das ist nicht so geil bin irgendwo falsch abgebogen öffentliches event steht bevor unterstützt brutales sind drei minuten noch geht er die wände los das würde ich das sind laufend ein hochrangiges ziel ist in der nähe da habe ich auch gehört ja genau alle fliegen hier oben Aua Unfall Go 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 power rangers hm hm ach ja weißt du ich muss drei langen ne hier langen ach kacke gut euer ziel ist Tumos der ungebrochenen ach kacke ach der Tumor alle Tumos schade das Ticket zur Allmacht Hawthorne hat eine unschöne Begegnung mit ihm als wir unterwegs waren sie werden nicht umsonst die Blutwache genannt ich würde dir erraten vorsichtig zu sein aber das hat meinem letzten Team auch nicht geholfen finde das Kommandodeck dann findest du auch Tumos den ungebrochenen du willst ihn zum gebrochenen machen ja 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 Die Brücke sollte über uns sein. Finden wir eine Konsole und holen uns die Baupläne. Ok, ich habe die Karte. Lass uns Tumos finden. Die letzte Kräste fang ich eigentlich sehr gut. Wo ist Knöpfchen? Im Flieger. Nein. Oh, wie noch untergefallen. Ja, werde ich mit Koppel zurückgelassen. Ja. Geht doch. Ja, hat es geschafft. Sei vorsichtig da draußen. Hast du Doppelsprung drin? Ich mal Doppelsprung. Geh mal auf F1. Was hast du von Fokus bei dir gesetzt? Wo ist das? Um links. Um links? Da habe ich Dämmerklinge. Dämmerklinge? Warlock. Warlock? Ja. Achso, okay. Dann weiß ich, ob du Doppelsprung hast. Ich weiß, ob das bei dir auch... Wenn du da rechts, rechtsklick auf den Fokus machst. Und unten der Sprung. Da sind drei verschiedene. Oben sind die Granaten und links sind... Sie haben ein anderes. Und dann bei der Doppelsprung müsste der, glaube ich, rechts sein, oder? Ich habe hier noch längst gespielt. Also. Ich? Bei der Dämmerklinge? Nö. Wo? Wie? Ich weiß gar nicht, wie ich das skillen soll. Ähm. Der Vogel... Ähm. Die unten... Also wenn du jetzt in dem Ding drin bist, ne? In dem Baum. Ja. Von dem... Von dem großen Ding aus oben, links und unten. Die sind immer geskillt. Das ist scheißegal. Die kannst du auswählen. Ja. Eins ist geskillt, ja. Solargranate und... Ich kann sagen alle, weil die gleich bleiben. Die drei Sachen. Die sind immer freigeschaltet dann. Die Tür ist verriegelt. Schau dir hin. Was bei den Fokus wichtig ist, sind rechts die Teile. Die vier Stück immer. Oben und unten. Dann sind die, die deine Skillung im Endeffekt ausmachen. Bei mir ist dann einmal Verteidigung und einmal Angriff. Also. Ich weiß nicht, wie da beim Warlock ist. Rechts oder was? Ja genau. Die Vierer-Dinger da. Die Traute. Die musst du alle haben. Die kommt drauf an. Wenn du oben... Es gibt zwei Wege immer. Es gibt einmal oben und einmal unten. Bei mir ist oben zum Beispiel Verteidigung im Prinzip. Und unten ist der Angriff bei mir. Also bei, ich weiß nicht, wie es beim Warlock ist. Dann musst du dir die durchlesen, die Dinger, was die machen. Daher hast du natürlich alle geskillt von allen Fokus, aber... Schnellschlag, gefögelte Sonne, oder? Ich würde sagen, Feuerzangen. Aber kann ich noch nicht machen. Ist richtig, weil du musst. Auslevel würde das ich gut sein. Achso. Ich habe noch keine Ahnung, was mir das bringt. Aber... die verstärken dann nahkampf zum beispiel und so ein scheiß ich kann ja bei dem einen schon fast alles gehen das richtig also wie gesagt du hast sowieso naja hast du so viele abgabe punkte da kannst du bei jedem fokus alles gelten hast du jetzt gesagt du kannst du bestimmtes auswählen okay ja genau kann sogar oben oder unten auswählen was soll jetzt habe ich meine punkte alle verhauen alles klar ja du hast ja genug abenteuer machen da könnte der kurze abgabe punkte sammeln ich wünschte ich könnte auch da draußen sein und ein paar kugeln abfeuern für mein team deine zeit wird kommen fürs team das will ich doch schwer brennt im feuer der hölle das ist ein dicker wow der dicke hat mich einfach mal geprügelt was da los muni und ich weiß sicherlich dass ihr auf den fersen seid ihr könnt euch auf ein empfangskomitee freuen eine widerstart er schießt er und gelber blutty mann bild ist da und ja 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 oh ja gut kein lot oh mann blut blau ja saugeil drei punkte bin ich 350 abschließen wenn ihr kein besuch von ihr wollt als preis wieder alles klar hüter ich habe mein teil getan jetzt kümmere du dich um thumos für uns ja 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 Boah, ich benutze es mal Ah, jetzt kommt er Der Dicke Kurt Der Dicke Kurt Oh, Tomo Schlüssel-Codes habe ich aber gekriegt.